Den Trainerwechsel beim FSV Mainz 05. Mainz bleibt Mainz. Ja, bleiben Sie, bleiben Sie 50-50, da kommen wir gleich dazu. Also, so erstmal kann man sagen, mein Benni-Hofmann-Call, den ich am Montag in 50 plus 2 formuliert habe, ist nicht aufgegangen. Aber zu 50% aufgegangen. Weil Siebert wurde wie angekündigt gefeuert. Ja, ja. Und zwar am Tag wie angekündigt von mir auch. Aber es wurde eben nicht der U23-Coach, ehemaliger U19-Coach Benjamin Hoffmann. Er wurde zumindest mal temporär gehandelt, das kann man sagen. Er galt wohl als Kandidat. Jetzt ist es ein Externer geworden und zwar Bo Henriksen. Also gefühlt kann Mainz 05 nur zwei Wege gehen bei Trainerbesetzung. Entweder sie holen einen aus dem eigenen Stall oder einen Dän. Ja, und jetzt stell dir mal vor, wenn die anfangen, dänische Trainer bei Mainz auszubilden, was dann passiert. Unstubble. Also wirklich. Du hast vorhin richtigerweise festgestellt, dass sie statistisch ja Tore-mäßig underperformen. Ganz brutal, die Mainzer. Aber eine andere Statistik überperformen sie. Die, ah ja, die Expected Boos per Season. Also muss man sagen, ist nicht unser Joke, hat jemand auf Twitter gemacht. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Expected Boos. Bei weitem übertroffen, überperformt. Um mal einzufangen, warum die überhaupt den Trainer wechseln. Der Trainer bis hierhin war ja Jan Sievert, der ja auch bereits schon hochgezogen wurde aus der U23. Ja. Wenn ich mich nicht täusche. Und der hat leider, leider aus seiner Sicht, aus der Sicht von Mainz 05, nur einen Sieg holen können aus den zwölf Spielen, die er in der Bundesliga betreut hat. Nach den ersten fünf, glaube ich, hat er Ende Dezember einen Vertrag unterschreiben dürfen als Cheftrainer bis 2026. Und jetzt haben wir Februar 2024, der Mann ist Geschichte. Da darf man zumindest mal kritisch fragen, ob das hätte sein müssen, dass er so einen langen Vertrag sofort unterschreibt. Ja, das war ja auch damals schon ein bisschen überraschend, weil du sagtest es, er hatte da einen Sieg aus diesen fünf Spielen geholt. Auch wenn natürlich ein klarer Aufschwung spielerisch zu erkennen war. Man war wieder näher dran an Siegen, aber man hat eben keine geholt. Und diese Laufzeit von 2026 ist dann eben doch lang. Und ich hatte ja vermutet, dass man Sievert die Chance geben wird, wieder ins Glied zu huschen. Wieder die zweite zu übernehmen, weil eben Benni Hofmann hochgezogen wird. Da das nicht passiert ist, ist kein Posten frei bei Mainz 05. Und Sievert hat den Verein tatsächlich jetzt verlassen. Ich glaube halt, diese Rolle rückwärts in die Rolle bei der U23 zurück, die ging in dem Moment nicht mehr. Weil Sievert einfach, glaube ich, jetzt einen Cheftrainer-Vertrag unterschrieben hat mit einem Cheftrainer-Gehalt. Genau. Wo Mainz das wahrscheinlich nicht weiter bezahlen möchte an den U23-Trainer. Aber ich auch verstehen kann, dass Sievert sagt, hör mal, das ist für mich ein sehr, sehr lukratives Teil. Und darauf möchte ich nicht verzichten. Also ich sehe da auch dann einfach die Schuld bei Mainz 05. Weil ich glaube, Jan Sievert war in der Position, wo er jeden Bundesliga-Job, der ihm vor die Füße fällt, eh angenommen hätte. 100%. Also er hätte sicherlich auch bis Saisonende oder bis sogar 2025 irgendwas davon unterschrieben. Ich glaube, Mainz wollte vielleicht auch so ein Zeichen setzen in Richtung, Wir sind immer noch ein Verein, der kontinuierlich denkt, der einen langfristigen Horizont hat. Aber die Rechnung ging in dem Fall nicht auf. Man muss sagen, Sievert hat sehr viel Pech gehabt. Also Mainz generell die großen Under-Performer der Bundesliga dieses Jahr. Alleine in der Zeit, die Jan Sievert da war, in den zwölf Spielen, haben sie neun Tore weniger geschossen. Und etwas mehr oder knapp elf Punkte weniger geholt als erwartet. Also diese Mannschaft war wirklich gerade im Abschluss in der Art und Weise, wie sie teilweise Gegentore kassiert haben, ziemlich stark vom Pech verfolgt. Das kann man definitiv so sagen. Und da steckst du irgendwann auch nicht mehr drin. Was sollst du den Jungs noch erzählen als Trainer? Was sollst du sagen? Du sagst ja, es ist fünftes Spiel, sechstes Spiel in Serie. Jungs, ich habe keine Kritikpunkte, Alter. Macht halt den Ball das nächste Mal rein. Ich glaube halt... Keine Kritikpunkte ist vielleicht ein bisschen viel, aber... Keine ist ein bisschen viel, aber Mainz hat sich in den letzten Wochen mehr verdient, als aktuell auf dem Punktekonto steht. Das Gute ist für einen neuen Trainer, du musst nicht eine spielerisch-sportliche Trendwende einleiten. Du musst eigentlich nur für eine Trendwende im Ergebnisbereich sorgen, weil der Spielerische war ja okay. Das, was Mainz geliefert hat, sollte eigentlich ausreichen, um die Klasse zu halten. Du brauchst jetzt einfach nur ein bisschen mehr Glück bei den Ergebnissen. Und ich glaube, dafür haben sie vor allem, was kurzfristigen Effekt angeht, einen guten Mann geholt. Ja, du sagst ja gerade, man muss auch keine spielerische Trendwende einleiten, weil das gut ist. Man muss sie auch deshalb nicht einleiten, weil sie vom neuen Trainer Bo Henriksen kaum zu erwarten ist. Denn der ist ziemlich genau der Trainer, den man bei Mainz für diesen Kader sich überlegt hätte. Oder sagen wir eher der ziemlich genau in das Muster Mainz und Fünf-Trainer der letzten Jahre passt. 100 Prozent. Also erstmal ein bisschen was zu Bo Henriksen. Ich habe ja den Vorteil, dass ich die Sprache spreche, die Bo Henriksen auch spricht. War super für mich in der Vorbereitung. Und ich habe einfach gesagt, ich habe mich grundlegend informiert auf Deutsch heute Morgen. Und dann, wir sind gerade zusammen mit dem Zug hier rüber gefahren. Und dann hat Niklas die ganze Zeit recherchiert. Ich habe gesehen, es ist alles dänisch. Kann ich nichts machen. Kannst du nichts machen, ist auch okay. Ein bisschen was zur Einordnung von der Trainer-Vita, die Bo Henriksen bisher hingelegt hat. Der hat früh angefangen zu trainieren mit 31 Jahren. In der, glaube ich, dritten dänischen Liga. War da Anfangs, das muss er Spielertrainer gewesen sein. Weil sie seine aktive Zeit mit der Trainerzeit überlappt hat. Zumindest laut Transfermarkt. Wenn jemand Spielertrainer war, hat er automatisch 15% mehr Kredit bei mir. Ja, und war da bei Bronzheu und hat die aus der dritten Liga in die zweite Liga geführt. Und dort etabliert war, war dort acht Jahre lang Trainer. Ist danach zum AC Horsens. Der Athletik-Club-Pferde für alle diese Fragen. Der Athletik-Club-Pferde. Ist dort hingegangen und war dort auch sechs Jahre Trainer. Ist im ersten Jahr aufgestiegen in die Superliga, also in die erste dänische Liga. Hat den Verein dort fünf Jahre lang gehalten. Direkt im ersten Jahr nach seinem Abgang ist der Verein in die zweite Liga wieder abgestiegen. Also so kann es gehen. War dann beim FC Midtjylland, der schon zu den Top-Vereinen in Dänemark zählt. Ist dort in seinem ersten Jahr Vizemeister geworden und Pokalsieger. Wurde dann bereits nach zwei Ligaspieltagen in der Folgesaison entlassen, muss man dazu sagen. Die waren zur Hälfte der Saison, in der Vorsaison, in seinem ersten Jahr auf Meisterkurs. Hatten sechs Punkte Vorsprung. Haben das hinten raus noch verspielt. Und der Trend hat deutlich in eine negative Richtung gezeigt. Einen sogenannten David Wagner gemacht, Abspieltag 15. So ein bisschen einen David Wagner Light gemacht. Nicht ganz so extrem, aber schon so ein bisschen. Deswegen wurde er da frühzeitig entlassen. Und hat dann aber den FC Zürich, muss man sagen, gerettet. Den FC Z, jawohl. Da ist er reingekommen in eine wirklich schwierige Situation. Und hatte sofort das, was man ihm eben auch nachsagt. Dass er jemand ist, der Energie bringt. Und der in einer Mannschaft einen Geist oder einen Spirit wecken kann. Und hat das beim FC Z relativ schnell hinbekommen. Und die Mannschaft, man kann es ganz klar so sagen, aus dem Dreck geführt. Auch da war dann ein Ende trotzdem relativ schnell erreicht. Aber für den Moment hat er genau das getan, was man sich erhofft hat. Also er war ja noch Zürich-Trainer, als er jetzt kam. Achso, aber sie waren ja jetzt schon sportlich, es ging ja in die falsche Richtung in den letzten Wochen, oder? Das habe ich schon richtig verstanden. Also ich weiß nicht, ob ich das sagen würde. Okay. Die sind Dritter in der Schweizer Liga. Niemand schneidet das hier. Niemand schneidet das, nee. Niemand weiß. Das liebe ich, dieses Lützen-Farbe-Video. Stimmt. Niemand weiß, wer hat das erfunden. Niemand hier. Eigentlich erinnert mich das an die, gibt's keine Beweise. Kennst du das? Hast du immer gesagt? Ah. Gibt's keine Beweise. Hat auch diese Frau, ne? Ja, ja, ja. Ich liebe dich. Gibt's keine Beweise. Ich weiß nicht, worum es geht, aber das sind ihre beiden Aussprachen und das finde ich super. Also, bei Zürich übernommen. Die hatten zehn Spiele gemacht, vier Punkte auf dem Konto. Katastrophensituation. Hat in der Restsaison, glaube ich, noch 40 Punkte geholt. Also achter Platz geworden am Ende. Und er verlässt sie jetzt auf Platz drei. Das würde ich sagen, ist okay. Das ist in Ordnung. Klar, sie waren Meister, davor unter Breitenreiter, aber wenn man auf die FCZ-Geschichte davor schaut, war das ein ziemliches Auf und Ab, galt ein bisschen, glaube ich, auch als Chaos-Verein. Und von daher, das war alles total in Ordnung. Jetzt ist er eben bei Mainz 05. Und je mehr ich mich in die Personalie reingelesen habe, desto lustiger fand ich es eigentlich. Weil es sich immer mehr ein Bild zusammensetzt von, okay, die haben da einfach Bo Svensson geholt mit einem anderen Nachnamen. Ja, also ich saß ja neben dir in diesem ganzen, wir haben uns darüber viel unterhalten schon und ja, wir sehen einen Trainer, der bevorzugt mit einer Fünferkette agiert, der viel Offensive über Standardsituationen generiert, der mit absoluter Zweikampfhärte und vertikalen Passspielen arbeitet. Ja, 100 Prozent. Also ich habe, eine Aussage von ihm war, hohes Pressing gehört zu meinen wichtigsten Prinzipien. Check. Check, also hohes, aggressives Anlaufen, kleiner Haken gemacht. Das ist schon mal vorhanden. Und wenn man so, ich habe mal ein bisschen mich durch die dänische Presse durchgearbeitet, auch mal so ein bisschen gelesen, was sie über ihn geschrieben haben, als er bei Midjylland gehen musste. Und was man über Bo Henriksen sagt, in Dänemark zumindest, ist, dass er als unheimlich charismatischer Trainer gilt, als ein sehr guter Motivator, der in der Lage ist, mehr aus Mannschaften rauszuholen, als man ihn eigentlich, wenn man aufs Papier schaut, zutrauen würde. Und das ist ja auch etwas, was in Mainz zum guten Ton dazugehört. Das hat Jürgen Klopp per Excellence gemacht, Bo Svensson hat es aber auch gemacht. Bo Svensson hat auch aus der Mainzer Mannschaft mehr rausgeholt, als man erwarten konnte. Also das ist so seine große Stärke, auch die zwischenmenschliche, guten Teamgeist fördern. Was ihm nachgesagt wird als Schwäche, ist die Art und Weise, wie der Fußball aussieht. Also da hieß es, ja, starker Fokus auf ruhende Bälle, viel Physis und intensive Zweikampfführung. Also ich glaube, man braucht jetzt nicht erwarten, dass Mainz in irgendeiner Form einen Stilbruch begeht in der Spielweise. Was aber auch okay ist, weil Mainz ist in einer super prekären Lage und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, jetzt irgendwelche anderen Ambitionen zu haben. Gemessen, wenn man nämlich an der Situation, weil man könnte ja sagen, wenn man auf Mainz schaut in den letzten Jahren, könnte man durchaus sagen, vielleicht ist es an der Zeit, dass man einen Spielbruch mal macht, weil wir müssen hier was Neues versuchen, das funktioniert nicht. Aber der Fußball Mainz 05 ist bis zum Hals im Abstiegskampf, hat einen Kader, der für eine gewisse Idee des Fußballs gebaut worden ist und der, würde ich fast sagen, in der Bundesliga ist einer der einseitigsten Kader, die wir in der Liga haben, glaube ich, die für diese Idee zusammengebastelt worden sind. Sehr spitz in der Spezialisierung. Und dann halte ich es für, die genau richtige Entscheidung, einen Trainer zu suchen, wo du denkst, das Spielermaterial, was wir hier haben, passt für den Fußball, den er spielen will und das tut es ja. Ja, du holst im Endeffekt einen Mann, der bei deiner letzten Station gezeigt hat, dass er einen Verein, der in einer noch aussichtsloseren Lage war, stabilisieren und retten kann und auch wieder in bessere Gefilde führen, tabellarisch. Du holst jemanden, von dem du weißt, dass das Spielermaterial, was du hast, zu seiner Art des Fußballs passt und von dem du weißt, dass er zwischenmenschlich gut sein soll und ein guter Motivator sein soll. Das sind eigentlich schon mal so Kennzahlen, die diese Anstellung von Bo Henriksen in meinen Augen total logisch erscheinen lassen. Von daher ist die Entscheidung, wie ich finde, auch sehr, sehr nachvollziehbar. Es fühlt sich aber so ein bisschen an, seine Vita nach, für mich, und da sind wir uns glaube ich nicht 100% einig, für mich fühlt es sich ein bisschen an, dass es einen relativ klaren Horizont gibt mit ihm. Also, du hast es selber gesagt, jemand, der mehr rausholen kann aus einer Mannschaft, als drinsteckt, das kann niemand dauerhaft, das ist ja auch kein Geheimnis, das geht ja auch nicht, sonst hast du einen Wundertrainer irgendwie da gefunden, das ist er mit Sicherheit nicht. Und ich frage, also, ich glaube, dass bei Mainz 05 wird gerade ganz, ganz klar bis zum Ende dieser Saison gedacht, als allererstes. Und das ist für mich eine Trainerentscheidung, die Klassenerhalt first bedeutet für mich. Wahrscheinlich schon, was auch richtig ist, aber auch da würde mich dann wundern, der Vertrag bis 2026 wieder, der ja schon wieder gedacht darauf ist, zumindest jetzt für die nächsten zwei Saisons auch noch zu gelten. Aber der hätte ja auch wahrscheinlich Zürich nicht verlassen für einen Vertrag bis Sommer. Oder auch bis 25 vielleicht nicht, das wissen wir natürlich nicht. Also, ich glaube, du hast recht, insofern, was mich überraschen würde, ist, wenn Bo Henriksen hingeht und Mainz 05 innerhalb der nächsten Jahre sukzessive auch fußballerisch weiterentwickelt, dass man sagt, boah, das ist eine Mannschaft, die ist nicht mehr wieder zu kennen von der Eindimensionalität, die wir unter Bo Svensson gesehen haben. Das glaube ich persönlich nicht, aber seine erste Station, acht Jahre Trainer, seine zweite Station, sechs Jahre Trainer und die dänische Superliga, also nicht die Bundesliga, aber auch da, damit eine Underdog-Mannschaft über Giftigkeit, über einen aggressiven, körperbetonten Spielstil sich erfolgreich in der Liga halten können, zwischenzeitlich auch teilweise mal im oberen Tabellenbereich mitgespielt in Dänemark. Und ich glaube, das könnte man schon erwarten, dass es jemand ist, der Mainz genau das gibt, was sie in den letzten Jahren waren, nämlich der Aussicht darauf, dass man über viel Disziplin, über einen Gemeinschaftssinn Bundesliga spielt, im Tabellenbereich irgendwo, wenn es sehr, sehr gut läuft, vielleicht knapp einstellig, bis so Platz zwölf bis dreizehn, im Idealfall wenig, weniger als aktuell mit dem Abstiegskampf zu tun bekommt. Das kann Bo Henriksen schon liefern, weil die Langfristigkeit, die hat er bereits nachgewiesen, aber er wird keiner sein, der bei Mainz jetzt irgendwie das fußballerische Rad neu erfindet. Das denke ich auch und wir haben schon gesagt, wir erwarten ihn, glaube ich, definitiv wieder in der Fünferkette. Ich glaube, wir werden vorne Lüdo-Season erleben auf jeden Fall. Lüdewecker-Jork, vielleicht hat er sich auch gerade mit dem rechten Zeitpunkt endlich das Tor abgeholt, das er sich ja auch verdient hat in den letzten Wochen und ich bin sehr gespannt. Ich kann nicht einschätzen, wie er so in der Arbeit mit jungen Spielern ist, was bei Mainz ja durchaus ein Thema ist, weil es eine der besten Nachwuchsarbeiten ist, die wir so haben. Die müssen gefordert werden, ja. Und daran wird er sich messen lassen, aber für den Moment zählt bei Mainz 05 eben eine Sache und das ist der Klassenhalt und da glaube ich, und ich glaube, du siehst es ähnlich, ist das eine Besetzung, die so unkreativ, und die ist nicht wirklich unkreativ, aber im Sinne von fußballerisch unkreativ, weil du eben nichts Neues machst. Und weil es sich sehr Mainzig anfühlt. Also du hast ja einen Kollegen, der dir das kann man sagen, der hat heute Morgen, als wir am Frühstück saßen, habe ich eine Nachricht bekommen von meinem Mainz-Kumpel, ihr kennt ihn ja inzwischen, wo er geschrieben hat, wenn Mainz jetzt irgendeinen dänischen Ebbe-Sand-Typen vorstellt, bin ich raus. Und zwei Stunden später kam Bo Henrik. Ist genau das passiert, aber ich glaube eben, dass es der richtige Ebbe-Sand-Typ zum richtigen Zeitpunkt ist, hat eine super schwierige Aufgabe vor sich, weil aktuell fühlt es sich so an, dass auch Mainz sich richtig strecken müsste, um mehr zu spielen als den Relegationsplatz. Deswegen mal gucken, aber wenn man die Parameter aufwiegt, wenn man auf die Schwierigkeit des Marktes schaut, den Trainermarkt schaut, dann finde ich, hat Mainz da gemessen an den Möglichkeiten eine nachvollziehbare und auf den ersten Blick gute Lösung gefunden. Und ich glaube, das soll es für uns gewesen sein für den Moment. Das war's. Wir sind gespannt, der zweite Trainerwechsel in den beiden oberen Klassen in Deutschland in dieser Woche, die zweite Reaction von Karl Schöbelin. Abonniert diesen Kanal und macht's gut. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020